Ja, wir Grüne sind vor 40 Jahren aus drei sozialen Bewegungen der 1970er Jahre hervorgegangen. Das war zum einen die Umweltbewegung, dazu gehörte auch die Anti-AKW-Bewegung, das war des Weiteren die Friedensbewegung und die Frauenbewegung. Der Kampf gegen die Nutzung der Atomenergie war sicherlich einer der tragenden Gründe, warum die Partei Die Grünen gegründet wurde. Es gab damals eine Haltung in Deutschland, die weit verbreitet war, die lässt sich wie folgt beschreiben. Wir müssen die Natur bändigen, wir müssen sie uns untertan machen und dafür brauchen wir den technischen Fortschritt. Und die Atomkraft war Ausdruck dieser Technikgläubigkeit. Wir Grüne haben damals die Atomenergie schon als das gesehen, was sie war, nämlich eine tödliche Gefahr, eine Technik, die niemals versagen darf. Und wir alle wissen nach Harrisburg, nach Tschernobyl und nach Fukushima, dass es so etwas nicht gibt. Wir hatten allerdings bis weit in die 80er Jahre hinein noch eine Situation, wo die Nutzung der Atomenergie nicht nur von der Regierung, sondern auch von weiten Teilen der Bevölkerung getragen wurde. Man sah die Vorteile und man verdrängte ein wenig die Gefahren. Das hat sich dann alles nach dem 26. April 1986 verändert. Das hat sich verändert. Das war der Tag, als in Tschernobyl ein Reaktor explodierte, es zu einer Kernschmerze kam und sich Radioaktivität über Europa verbreitete. Also wir hatten damals alle Angst um die Gesundheit unserer Kinder. Und das hat in Deutschland die Einstellung zur Atomenergie wirklich maßgeblich verändert. Seitdem ist die Mehrheit der Deutschen der Auffassung, dass wir aus der Atomenergie aussteigen sollten. 1991 hatten wir Landtagswahl in Hessen. Joschka Fischer als Staatsminister und ich als Staatssekretär zogen ein in das hessische Umweltministerium. Zum ersten Mal waren Grüne zuständig für Atomaufsicht. Es war eine beinharte Auseinandersetzung, nicht nur mit der Opposition aus CDU und FDP, sondern auch mit dem damaligen Bundesumweltminister Töpfer, der die Bundesaufsicht über die Atomenergie hatte. Und natürlich mit der Atomindustrie. Wir hatten damals Atomanlagen, Brennstofffabriken in Hanau. Wir haben es geschafft, die alten Hanauer Brennstofffabriken stillzulegen und die Neuanlage ist nie in Betrieb gegangen. Und in Biblis haben wir aus Sicherheitsgründen den Reaktor mindestens ein Dutzend Mal stillgelegt. Und mussten die dann natürlich wieder anfahren lassen, wenn Monate später die Sicherheitsmängel beseitigt waren. Das heißt, auf diese Art und Weise konnte man nicht aus der Atomenergie aussteigen. Aber es ist eines deutlich geworden, dass nämlich die Mehrheit der Bevölkerung und auch der Journalisten zu dem Zeitpunkt auf unserer Seite gestanden hat. Aber die Bundespolitik war bis Ende dann der 90er Jahre eine andere. 1998 kam dann die Bundestagswahl. Ich hatte ein Jahr vorher, 1997, eine Reise von Wiesbaden nach Bonn unternommen. Damals war ja noch unsere Regierung und unser Parlament in Bonn. Und ich habe damals mit der SPD-Fraktion und mit der Grünen-Fraktion gesprochen und gefragt, was machen wir denn eigentlich, wenn es uns 1998 gelingen sollte, die damalige Regierung Kohl nun endlich abzulösen. Und bei der SPD habe ich dann nur gehört, naja, wir haben Parteitagsbeschluss. Zehn Jahre nach Regierungsübernahme steigen wir aus. Ja und wie? Ja, das wird dann die Regierung klären. Und bei den Grünen habe ich damals von der atompolitischen Sprecherin gehört, ja, wir sind für den Atomausstieg und das beschließen wir dann nach der Bundestagswahl im Parlament. Und auch meine Fragen, ja, und wie ist das dann mit der Verfassung und Eigentumsschutz und Entschädigungspflichten? Nein, nein, das entscheiden wir dann per Mehrheit. Also es gab keine Vorbereitung, was ich damals als Katastrophe empfunden habe. Und ich habe dann eine Reihe von Professoren, Verfassungsrechtlern, Atomexperten, Öko-Institut eingeladen, um mit mir darüber nachzudecken, wie man denn nun tatsächlich aus dieser Technik und den unbefristeten Betriebsgenehmigungen für sämtliche Atomkraftwerke, die in Deutschland liefen, denn nun rauskommen würde. Damals ist dann dieses Konzept entstanden, nicht Enteignung, sondern Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums und Abwägung zwischen den Eigentumsrechten, die in der Verfassung existieren und den Gemeinwohlbelangen, wie zum Beispiel Schutz vor den Gefahren der Atomenergie und die Auflösung dieses Konfliktes dann über Restlaufzeiten. Und 1998 hat das dann Eingang gefunden in die Koalitionsvereinbarung mit der wichtigen Ergänzung, die damals von der SPD kam, das nämlich zunächst einmal in Verhandlungen mit der Atomwirtschaft zu verabreden. So etwas funktioniert natürlich nur, wenn man auf dem Rücken, sagen wir mal, einen Knüppel hat, dass der Gesetzgeber es im Zweifelsfall auch alleine machen könnte. Die meisten werden sich erinnern, es gab dann diese Verhandlungen und dann ist das Ganze transferiert worden in das erste Atomausstiegsgesetz 2001. Damit war für uns damals jedenfalls das Kapitel Nutzung der Atomenergie weitestgehend abgeschlossen. Es gab natürlich offene Baustellen wie die Entsorgungsfrage, die Frage der Rückstellung, aber die Nutzung der Atomenergie war jetzt mit einem klaren Ausstiegsfahrplan geregelt und es ging jetzt darum, die neue Energiewirtschaft aufzubauen. Deshalb gab es dann den Vorstoß mit dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz. Später kam dann der europäische Emissionshandel dazu, der erst einmal durchgesetzt werden musste, was ein großes Streitthema war. Und wenn ich mir diese ganzen Elemente von Energiewende anschaue, dann ist nach 2005, als wir dann nicht mehr Teil der Bundesregierung waren, vieles übernommen worden. Aber in einer Frage gab es nach wie vor einen grundlegenden Dissens. Das war die Nutzung der Atomenergie. Am 10. Dezember ist die Laufzeitverlängerung 2010 dann Gesetz geworden. Wenige Wochen danach geschah das fürchterliche Unglück in Fukushima und die Regierung machte eine 180-Grad-Wende. Und danach gab es nur noch Parteien im Deutschen Bundestag, die aus der Atomenergie aussteigen wollten. Es ging also zurück, mehr oder weniger, zum alten ersten Atomausstieg von 2001. Politisch war damals eine jahrzehntelange Auseinandersetzung, um die Atomenergie von uns gewonnen worden. Ich hatte schon große Sorge, dass die Energiewende trotzdem scheitern konnte, weil es gab ja kein anderes Industrieland, auf das wir blicken konnten und sagen konnten, so machen wir es jetzt auch. Also wir versorgen eines der führenden Industrieländer auf der Welt mit zwei so sehr unzuverlässigen Energieträgern wie Wind und Sonne. Offen gesagt, von uns hat keiner 2000 gewusst, welche Technologien sich durchsetzen würden. Aber 2011 war das klar. Es war Wind und Solar. Nur diese beiden Technologien haben nun mal Eigenschaften, die so fundamental anders sind, als wir sie aus der Vergangenheit in unserem Energiesystem kannten. Sie produzieren nicht nach Nachfrage, sondern wetterabhängig. Sie schwanken sehr stark und sie haben praktisch keine Betriebskosten, was erhebliche Auswirkungen am Strommarkt hat. Und für mich hieß das damals, wir brauchten Forschung, wir brauchten Stakeholder-Prozesse, um jetzt die neue Energiewelt zu erfinden. Deshalb habe ich damals die Agora Energiewende gegründet. Und wir haben damals eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet, die glücklicherweise den Weg inzwischen ins Gesetzbuch gefunden haben. Also wir haben die erneuerbaren Energien nach den Markt herangeführt und den Markt jetzt bereit gemacht, um große Mengen von erneuerbaren Energien aufzunehmen. Und wenn ich jetzt heute auf unser Stromsystem schaue, ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt keines, das so gut erneuerbare Energien integriert. Was ist die Klimaneutralität? Bei Klimaneutralität geht es jetzt um alle Sektoren, also den Verkehrssektor, den Gebäudesektor, den Landwirtschaftssektor, den Industriesektor. Und dort wird es nur funktionieren, wenn wir massiv Effizienz steigern. Wir sollten auch erneuerbare Energien dort direkt nutzen, wo das möglich ist, also zum Beispiel Solarthermie auf unseren Wohngebäuden. Aber am Ende wird dann die Dekarbonisierung dieser anderen Sektoren über den Stromsektor funktionieren. Das heißt, wir werden mit Strom Auto fahren, wir werden mit Strom über Wärmepumpen unsere Häuser heizen. Das heißt, der Stromsektor ist der Schlüssel für den Weg hin zur Klimaneutralität. Klimaneutralität. Und das, was wir bisher in Deutschland als Ziele haben, das führt nicht zur Klimaneutralität 2050. Weil Treibhausgasneutralität bedeutet, dass wir zu 100 Prozent uns verabschieden von Kohle, von Erdöl und am Ende auch vom Erdgas. Es gibt heute außer der AfD keine Partei mehr im Deutschen Bundestag, die bestreitet, dass wir einen menschengemachten Klimawandel haben. Es gibt auch jetzt bei der Großen Koalition Bestrebungen mit Klimaschutzgesetz und anderen Maßnahmen, den Klimaschutz voranzutreiben. Aber wir sind dabei, den Wettlauf mit der Zeit zu verlieren. Und das ist etwas, was jetzt von Seiten der Grünen-Partei geleistet werden muss. Insbesondere in den nächsten zwei Legislaturperioden dafür zu sorgen, dass wir jetzt so schnell mit den Klimaschutzmaßnahmen vorankommen, mit einer grundlegenden Modernisierung unserer gesamten Gesellschaft, dass wir auch eine realistische Chance haben, 2050 klimaneutral zu sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017